Tag, hallo, ich bin ja beim Schwab-Münchener Wehr, wieder an der Wehrtach und jetzt schaue ich mir auch dann hier jetzt die Fischtreppe an. Da unten ist der Eingang. Und wieder an der Wehrtach. Das rechte ist die Fischtreppe. Das rechte ist die Fischtreppe. Wenn ich mich richtig erinnere, waren früher, wo sie gebaut worden ist, die beiden Bachläufe getrennt. Aber da hat sich halt das Tufekies angesammelt und hat zugemacht. Oh ja. Jetzt muss ich kurz unterbrechen, ich muss die Batterie wechseln. Das ist hier die Abzweigung. Hoffentlich gehen die Fische nicht verlaufen. Äh, verschümeln. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.